Und weiter geht es bei Eden Star mit dem Versuch hier eine Brücke über... ach, das war schon 100... eine Brücke überzubasteln. So, dann baue ich erstmal hier noch kurz das zu Ende. Die haben 3000 an HP. Genauso wie die Fiber Foundations. Und die richtigen Foundations haben 12.000 HP von Iron Knight. Also, ne, das lohnt sich schon. Hier könnte man überlegen, ob man vielleicht eine Treppe oder so hochbaut. So. Na, komm schon. Genau, so. Hm. Und da geht's los. Es ist Nacht. Und hier ist mal wieder die Hölle los. Piu. Alter Falter. Hier wird niemand verschoben, das sag ich euch. Macht sie fertig! Können sie mal wieder rüsten. 60 Munition. Also, beziehungsweise 90. Piu, piu. Und da drüben geht's auch ab. Hihi, hihi. Voll mutig, hier rüber zu latschen. Wenn hier so ein Sauger kommt, dann sind wir sofort kaputt. Wir haben das ganze Inventar voll mit Krempeln. Aua. Deswegen sollte ich jetzt mal versuchen, nicht zu sterben. Aber ihr wisst ja gar nicht, wie schwer mir das fällt. Alter Falter, ey. Boah, da drüben ist auch richtig Putty, ey, net. Das müsste ich auch unbedingt mal kaputt machen, da. Ich glaube, das wäre eine gute Maßnahme. Vielleicht soll ich das einfach mal am nächsten Tag noch machen, bevor ich hier anfange, es weiterzubauen. Ähm, dafür würde ich mein Island storen. Ach nee, das brauche ich ja zum, zum, zum Dimensionen. Ähm. Keramik, Protonite. Äh, ich baue erst mal. Meine Amo, wenn ich darf. Die Rifle hatte ich, oder? Ich glaube schon. Create. Create. No, nichts ersetzen, bitte. Äh, dann lege ich mal eben das Fiber ab. Denn ich würde gerne noch mehr Amo mitnehmen. Und zwar Rifle. Nehmen wir ruhig mal. Das Tenal. Ich glaube, das ist okay. Einmal Serulium, so, zack. Ähm, so. Den Rest legen wir ab. Soweit wir gelassen werden. Nein. Nein, aus. Nein, aus. Nein, aus. Nein, aus. Nein, lass mich in Ruhe. Alter, Falter, diese Viecher, ne? Piu. So, dann haben wir noch die Amo dabei und Protonite. Ich fack einfach mal alles mit rein, was geht. Mit dem Eden-Store ist es genauso. Space for Null. Mööööööööööööööö. Was sind da nur fünf verschiedene Dinge rein? Ich check das noch nicht so ganz. Hast du dir so gedacht? Der wird schon bearbeitet da hinten. Das ist sehr gut. Oh, ich sehe auch das In-Kit noch da hinten. Das müssen wir auch mal holen. Ich würde gerne da drüben die Base auf jeden Fall kaputt machen. Die? Und die sieht auch so nah aus, ne? 30 Sekunden noch. Da kommen die nächsten wieder angeflaggert. Ah, voll daneben. Was ich mir übrigens noch wünschen würde für das Spiel... Uh, lass mich. Äh, wäre eine Sir-Person-Ansicht. An-Ansicht! Eine dritte Person-Ansicht, das fände ich eigentlich auch noch ganz nett. Ich bin sonst tatsächlich gar nicht so der Shooter-Punkt. Also mit Freunden oder so, kann man schon mal eine Runde betratteln, so, ne? Aber... Sonst, wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich die Third-Person. So, das dürfte die letzte Welle sein. Dann latschen wir mal los. Verfolgt er uns jetzt? Ist doch nicht dein Ernst. Teeh. Da ist noch ein Eden-Kit-Kassel. Ist das so nah? Ich dachte, das wäre viel weiter weg. Ja gut, dann grabbeln wir uns das so glatt mal. Höhöhöhöhöhöhöhö. Na, das ist ja hier leicht verdientes, äh, ne? Leicht verdientes Material. Ach, wie cool. Hier sogar mit den Steinen außenrum, als ob das hier so gelandet ist. Voll geil. Na gut, dann haben wir noch ein Eden-Kit damit. Und damit wir natürlich diese tollen Ressourcen, die wir jetzt da rausgeholt haben, gleich wieder verlieren. Ich glaube, völlig falsch gerade kann das sein. Äh, begeben wir uns jetzt auf die andere Seite, um dort das Nest zu vernichten. So, jetzt müssen wir wieder richtig sein. Und zwar wollte ich eigentlich hier lang. Ich hatte nur wieder Schiss, hier runterzufallen. So, dann kraxeln wir mal eben hier lang. Und dann machen wir das Nest da immer platt. Hoffentlich. Und nicht. Es uns. Hier ist noch ein Tenalstein. Nein, nein. Ich sehe dich gar nicht. So, ich klopp den mal eben. Warum hat der mich denn jetzt gekloppt? Ich wollte doch den kloppen. Ey, klopp mir nicht mal ein Tenal hier, ihr blöden Vögel. Alter, kommst du klar mit deinem Leben oder so? Chill mal. So. Da kommt schon das Nächste. Ach, die waren zu zweit. Das erklärt natürlich einiges. Ey, wo ist er hin? Ey, ich glaube, die sind mehr als nur zu zweit. So. Meine liebsten Turrets. Alter, Walder. Aber die leisten gute Arbeit hier. So, dann hole ich mir eben nochmal den Rest hinmal. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo das Nest hier eigentlich ist. Das hat sich ja hier einen schönen Ort ausgesucht. Das ist ja mal überhaupt nicht gefährlich für mich. Wenn ich das jetzt nämlich angreife. Oh, falsche Taste. Die vier wollte ich eigentlich machen. Dann kommt der da gleich angeflattert. Aber egal. Hauptsache ist es da kaputt. Der kommt gar nicht da. Umso besser für uns. ausgelübt. Der guckt einfach nur zu da oben. Der hat wohl auch keinen Bock mehr. Da wünsche ich den von mir. Oh. Fliegen auch mal Kreise. Ha. Bin ich gut oder bin ich gut? Eigenlob stinkt gar nicht. Also wenn man was gut macht, dann kann man das ruhig auch mal und so, ne? So. Teslium. Drei Stück haben wir jetzt davon. Sehr, sehr cool. Ey, weh. Ich verreck jetzt, ne? Oh ja, hier sind auch mal von diesen komischen Eiern. Ah, ich drücke mal die zwei jetzt anstatt. Bäh. Mit diesem super leckeren grünen Dampf, der sich da... äh, der da austritt. So. Wo hätten wir hier eigentlich die nächste Base? Ich seh die grad gar nicht. Ja, die sieht man halt nachts am besten, ne? Da ist noch eine. Das ist bestimmt die Spucker Base, oder? Hier sieht man außenrum schon... Hier ist schon der eine. Wo ist er hin? Ich seh den gar nicht. Ach, da. Stülp. Oh, ich hab keine Muni mehr. Oh, ich hab hier die falsche Taste. Mensch. Konzentration. So, hier. Zack. Das war's für dich, mein Freund. Aber wenn hier ein so'n Spucker ist, dann sind hier auch noch mehr. Da wär nämlich schon die nächste Base. Aber das... Ah, ist doch keine Spucker Base. Ich dachte, das wär ne Spucker Base. Aber nee, gut. Auf die hab ich jetzt grad keine Lust. Ähm. Keine Lust. Nein, ich hatte eh nicht mehr genug Muni. Und die machen mich eh platt. Von daher... flitze ich den jetzt mal davon. Kommen die mir noch hinterher? Ja, da kommen sie. Um sie zu meinen Turrets zu logen. Die dann die Aufgabe für mich erledigen werden, die Dinger kaputt zu schießen. Tja, habt ihr euch so gedacht, hä? Habt ihr euch so gedacht? Dankeschön, Turrets. Gute Arbeit habt ihr geleistet. So, wir gucken mal, ob wir auf dem Weg noch irgendetwas haben. Antenal oder Ceruleum war hier oben noch irgendwas. Hier war ja diese andere Base. Aber ich glaube, hier ist sonst nichts. Ah, guck mal an. Komm ich von hier dahin? Ne. Kann ich Anlauf nehmen und komm dann dahin? Juhu! Ja! Äh. Ja. In der Theorie komm ich dahin. Ha! In der Praxis bin ich einfach der Weltmeister am Springen. Und, naja. Da passiert es schon mal, dass man einfach über das Ziel hinausjumpt. Komm ich da hoch? Jawohl. So. Ich glaube, wir haben auch wieder Platz im Inventar, ne? Ich habe ja irgendeinen Krempel abgelegt. Das heißt, ich könnte auch noch mal ein bisschen Eisen von hier mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es den Aufwand wert ist, hier hoch zu klettern. Aber ich tue es trotzdem. So. Dann können wir nämlich das Ceruleum da hinten nochmal mitnehmen. Übrigens habe ich mittlerweile doch den Eindruck, dass es relativ ausgewogen ist. Je nachdem, in welcher Ecke man ist, gibt es mehr Ceruleum auf der Karte. Oder halt mehr Tenal. Und diese blöden Vögel gibt es übrigens überall. So. Dann walljumpen wir hier mal wieder. Oder springen einfach rüber. So. Dann haben wir das Ceruleum nochmal. Sehr schön, sehr schön. Und das, liebe Freunde, war es tatsächlich von dieser Folge auch schon wieder. Das Nest würde ich auch noch gerne zerstören. Ach, hier gibt es doch so viel zu tun. Zu tun. Aber wir haben viel geschafft. Wir haben ein Nest zerstört. Wir haben noch ein bisschen Eisen gefarmt. Und wir haben da drüben versucht, die Brücke zu bauen. Ach, das wollte ich ja auch noch machen. Hm. Der Abstand sieht aber schon sehr groß aus von hier. Keine Ahnung, ob wir das irgendwie hinbekommen. Aber der Versuch zählt. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.